Und hier sind wir wieder bei Let's Play Castlevania Harmony of the Dissonance Warum slowdown mein Rechner so langsam? Naja Slowdown So, wir haben hier den Twilight Clock Den kennen wir ja noch aus Symphony of the Night Das war ja damals die beste Die beste Robe A pitch black clock That creates an air of darkness around the user Kann ich das? Mal eben so zeigen Man sieht, dass es dann so dunkel Finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht gemacht Aber in Symphony of the Night Fand ich es irgendwie dann doch schöner So Arsch So, ähm Ich hab eigentlich keine Ahnung, wo ich dazu noch hingehen muss Nur da sind die Fliemänner da tierisch offen Keks gehen Apropos Keks Der Sound ist doch zu laut Ne, ist er nicht Hm? Egal Habe ich vorhin mir mein Headset zu laut eingestellt Slowdown Slowdown Und das Spiel immer Und wo muss ich lang? Huuuuh Äh, da war ich schon Gehen wir einfach mal hier hin Hier kann ja nicht so verkehrt sein Die Crush Boots habe ich Das ist halt da am ersten Schloss Beziehungsweise da am Ende kann ich schon mal was machen Das ist ja so ziemlich immer das Ende gewesen Und dort wo man nach Irgendwo Na, das werde ich euch sagen Ein Wikinger herren Ist der vielleicht besser? Jo Der ist alles So, damit habe ich Diese Ebene fast abgeschlossen So Dann gehen wir mal wieder Jetzt sollen wir nur geradeaus nehmen wir an den Pike Master vorbei Und falls mein Telefon klingelt sollte man das einfach mal gekonnt Aber man sollte es ertragen Speisern wir nochmal, damit wir auch geheilt werden Ähm, ach ja, wegen Dienstag, ich sag mal jetzt, es hat einfach nur noch was hochzuladen, weil es den ganzen Tag unterwegs war Und dann war ich abends wieder zuhause und ich hatte dann Schaden geschehen Auf jeden Fall habe ich eine Überzeugung, die mir ist vielleicht heute nichts mehr hoch Und deswegen nicht wandern, dass da nichts gekommen ist Victory Armor Hard Man gewinnt immer genug, so wirst du Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was das überhaupt war War das was für den Raum? Hm Collectable Da Silk Content Tatsache Für Just You Ich musste aber nicht die Axt haben Ich musste aber nicht die Axt haben Also die lassen dann immer die Axt fahren Gut, um das los zu haben Die Axt Heilige Forst möchte ich aber auch nicht sein Live Max Aus Einmal nur irgendwie kann man frei Das ist interessant Die Axt Äh Area of Sorrow O Was muss ich auch noch hören? Am Anfang Nee Einmal Er Der Sorrow Ich hab' da Da Er 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 Weil das wurde sich auch als Let's Play gewünschelt. So, da habe ich jetzt auch alles. Das heißt nur hier rechts. Obwohl... Na, den Raum da oben ist das mal hier. Hallo Toi Toi. Oh Gott. Da hat er sich irgendwas in meinem Hals verfallen. Da habe ich dann eben kurz mein Headset benötigt. Also nicht von meinem... Dass sich da kurz... Kleinklack zu der Luka. Ah... Ah... Na, der Wielze, der Zuh-Zuh-Zuh-Zuh-Alber. Du besaber... Du, der Schlimm-Sinema... Mann, Mann. Ehhh... Das war auch... Ich glaube aber nicht das... Doch, die ist besser... Und... Da will ich... Windows ganz einfach mit den Upgrade strafen. Das kommt natürlich immer an die perfektesten Augenblicken. Und... Ja... Weil jetzt haben wir so ein spaßiges... Ich könnte aber mal... Wie viel MP das überhaupt sind... Dieser Attacke hier... Ich finde das mal... Oberhalber... Ich weiß, wie hoffe ich das anwenden kann... Tanya... Der Vlatrice steckt voller... Ideen... Die er irgendwie nie umgesetzt wird... Hm... Und warum? Weil er ist einfach... Auuutsch... Gell kaputt... Gell kaputt... Dankeschön... Sogar mit nem Level ab... Gut... Hier runter... Und ich ist wieder hier... Large Coast... Und da drin war ich noch gar nicht... Nicht... Den Leif macht's ab... So... Summon Breath... Wachen Gold... tu will die tu will die that's why die Hm. Ich habe auch geholen. Hm. Hm. Hm, mysteriös, mysteriös, dass ich hier noch nicht war. Autsch. So. Scalch, du wirst. Ah, mit dem Lord Rex. Ich weiß gar nicht. Erstmal speisen hier. Ja. Also, ich vorschätze hier nur, dass er mit einem zweiten Schloss kommt. Damit ich da nämlich schon mal... ...so ziemlich die 100% habe. Ich meine, hier ist es eigentlich nicht mehr... Im Grunde genommen ist es nur... ...untersuch mal einen... ...un teleport point. Slow down. ...und dann... ...autsch, autsch, 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 autsch... ...und würde ich nämlich sagen, dass ich da nämlich... ...runter gehe... ...und, auch hier ein Schnittmacher. Also, bis zum nächsten Mal zum Play-Part. Bleibt euch zufrieden. Haltet sich ab.